Komme ich denn jetzt hier überhaupt weiter? Das sieht irgendwie so aus, als müsste ich oben lang, oder? Lara, was machst du hier? Du sollst da oben hoch? Ah, Moment, das ist jetzt natürlich doof. Stell dich mal da hin. Ach, das geht gar nicht. Moment, von hier? Ah, jawoll. Sehr schön. Und nun? Hallo? Ja, toll. Äh, ich kann gerade gar nichts machen, aber die Kamera sagt uns, dass wir hier hin müssen. Oh, oh, bricht es ein? Ich hoffe doch nicht. So, und jetzt? Darüber? Wow. Kann es sein, dass ich hier gerade in die falsche Richtung springe? Nein. So, hier kann sie aber doch runter. Lara, möchtest du vielleicht runter und dich da festhalten? Oder muss ich nochmal hier rüber? Ich hatte jetzt gedacht, ich muss auf diesen kleinen Vorsprung da rechts. Aber, ja, Kamera etc. kann ich natürlich nicht bewegen. Ja, das wollte ich gerade machen. Genau das wollte ich eigentlich. So, nach oben. Und hier hin. Geht doch. Okay. So, von da hinten sind wir reingekommen. Gut, okay. Ich muss mich erstmal hier ein wenig orientieren. Runter, runter, runter. Und wo kommen wir jetzt raus? Auf jeden Fall irgendwo, wo Gegner sind, aber nur diese Fledermäuse. Okay, die gegenüberliegende Seite, da ist ein Tor. Komm, hier vielleicht wieder diese blöden Krabbelfiecher. Die sind ja doch ziemlich schnell. Also, Moment. Rechts ist ein Tor. Und links ist ein Tor. Da oben müssen wir hin. Okay, ich denke, ich gehe erstmal runter. Sollen das Fische sein? Sieht so ein bisschen so aus. Und ich höre doch wieder... Ja, ich habe dich doch gehört. Pass mal auf. Au. 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 Bams, bams. Boah. Die sind doof, weil die so schnell sind. Ich habe echt das Gefühl, hier gibt es super wenig Med... Laura, bitte. Super wenig Medipacks, oder? Es kann natürlich auch sein, dass ich dich hier alle übersehe. Was nicht so schön wäre. Wo guckst du hin? Meine Liebe. Hier ist noch eine Vase. Sie guckt doch irgendwo hier in die Mitte. Oder guckt sie zu dem Vieh? Ich weiß es nicht. Da oben ist irgendwas. Deshalb gehe ich da jetzt erstmal hier hoch. Wow. Au. Au. Das war, glaube ich, gerade wieder dieser Adrenalin-Move, den ich gemacht habe. Aber ich konnte nicht wirklich was sehen dabei. Ja, toll. Nein. Da kommt sie nicht hoch. Das hier sieht doch gut aus. So. Nach oben. Das wäre jetzt super gemein, wenn diese Krabbelviecher irgendwie von hier oben kommen würden, während ich hier rumkletter. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall. So. Wo sollen wir überhaupt hin? Da ist ein Medipack. Das möchte ich haben. Und da ist eine Spinne. Blödes Vieh. Moment. Halte ich mal bitte hier fest? Weil ich glaube, ich brauche das... War das Wap Medipack? Ich würde gerne... Ah. Hier. Drei Stück habe ich. Okay. Kommt mir trotzdem sehr wenig vor. Ey, die sind so gemein, ne? Ich mag die nicht. Die sind böse. So. Einfach mal hier hoch. Nach oben. Moment. Kommen wir von hier auch nach links? Dann gehe ich erstmal da hin. Kontrollpunkt. So. Ah. Hier ist doch kein Medipack, sondern wieder irgendein Stück vom Schatz. Hat uns aber jetzt hier nicht wirklich weitergebracht. Okay. Darüber. Ja, Moment. Komme ich denn von hier irgendwie noch weiter hoch? Da vielleicht? Nein. Muss ich überhaupt weiter hoch? Das Recht sieht so aus. Also, ich muss sagen, im Vergleich zu Anniversary und Tomb Raider Legend ist das hier mit der Übersicht... Ich spring mal einfach runter. Mit der Übersicht und den Wegen nicht unbedingt so klar vorgegeben. Da kann man jetzt, ja, überlegen, ob das besser oder schlechter ist. Das muss jeder für sich selbst wissen. Ich muss da rechts hin. Aber ja, bei den beiden Teilen war es halt immer so leicht zu sehen. Und da wusste man sofort... Achso, ja, okay. Da muss ich hin. Und hier muss ich echt erstmal gucken. War das jetzt nur für dieses Ding hier? Weil da oben kann ich mich nämlich nicht festhalten und irgendwie rüberschwingen. Aber ich komme von hier in die Mitte, oder? Wow! Ja! Und da finde ich wieder ein Stück von einem Schatz. Alter Kreisverwalter! Was muss ich tun, um diese Tore zu öffnen? Was muss ich dafür tun? Da war ich ja gerade schon. Aber ich war noch nicht... hier drin, in diesem kleinen Unterschlupf. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ich habe auch keinen Plan, wie ich dahin kommen soll. Toll, jetzt stehe ich hier ganz oben, habe eine super Aussicht, aber... keine Ahnung, was zu tun ist. Ich habe vorhin irgendwo einen Haken gesehen, aber ich glaube, das war da gegenüber. Sollte ich wohl mal besser dahin gehen? Oder was passiert? Was passiert, wenn ich da drauf springe? Bin ich dann tot? Ich meine... Ja! Ja! Ich bin dann tot. Aber ich werde hier ja gerade wohl hoffentlich irgendwo einen Kontrollpunkt gehabt haben. Ja, hier. Okay, also da komme ich doch nicht rüber. Also ich meine, das ist doch... Das ist doch völliger Quatsch. Und auch hier geht es nicht unbedingt weiter. Ich glaube... Ich glaube, dann gehe ich echt nochmal hier zurück. Und versuche vielleicht irgendwie auf der anderen Seite weiterzukommen. Was? Was, Lara? Kannst du dich nicht da oben hinstellen? Dann eben so. So, hier wäre ich wieder... Ah, Moment. Doch, einen Versuch mache ich hier nochmal eben. Und zwar, ob ich hier an eine Kante komme. Das sieht sehr gut aus. Toll. Ganz toll. Einfach mal rüberspringen. Kontrollpunkt. Ähm, ich habe keine Ahnung, was die Kamera da tut. Aber dazu sage ich auch gar nichts mehr. Ich glaube, das ist besser. Da dran. Ja, nö. Aber von hier komme ich da drauf. Und da ist das Tor zu. Nein! Nein! Und ich habe, glaube ich, irgendwo wieder so ein Krabbelfieh gehört. Eine Echse. Tja. Ich weiß gerade echt nicht, was hier zu tun ist. Aber das ist höchstwahrscheinlich dazu da gewesen, um hier irgendwie hochzukommen. Da hätte man dann diesen Kaminsprung wieder machen müssen. Ich habe gerade echt keinen Plan. Da kann ich klettern. Moment, ich hänge mich mal einfach hier an die Kante und schaue, ob ich... Oh Gott. Oh Gott. Na, komm her. Wow. Zwei. Oder ist der so schnell? Oh! Ich fall hier gleich runter. Au! Au! Wie gemein. Kommt her. Mann, jetzt bin ich wegen denen ganz unten. Aber vielleicht ist das überhaupt nicht schlecht. Dann gehe ich nämlich nochmal hier hoch. So. Moment. Was ist... Nein, Lara, nein! Was ist mit dieser Kante da oben? Warum ist die Hintergrundmusik gerade so böse? Kommt sie da etwa nicht hin von hier? Na gut. Oh Gott. Boah, ganz ehrlich? Ich finde das wirklich ein bisschen schwer. Ich höre doch einen. Boah, drei? What? Jetzt ist mal bitte Schluss hier mit den Gegnern. Ich würde nämlich echt gerne mal ein bisschen weiterkommen. Aber dazu brauche ich mal einen Moment Ruhe, um mich hier echt auch in Ruhe umzuschauen. Ich meine, das geht hier sonst gar nicht. Oh, oh. Leute, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Was guckt sie denn da immer an? Das Vieh hier. Als würde er noch... Als würde er noch leben. Aber nö. Ich versuche jetzt nochmal hier vorne an die Kante zu kommen. Wenn sie denn irgendwie... ...da hinspringt. Moment. Moment. Nee, so sind wir vermutlich zu weit unten. Ach! Moment, jetzt sehe ich das gerade. Muss ich vielleicht... ...dieses Ding da irgendwie abschießen oder so? Moment. Aber von wo? Da vorne ist noch eine Vase. Oh Mensch, ich höre doch schon wieder irgendwas krabbeln. Ah, aber hier komme ich hoch. Hier war ich auch noch nicht. Yeah, endlich mal was Neues. Das tut mir echt ein bisschen leid, dass ich hier so... ...absolut orientierungslos bin. Aber ganz ehrlich... Ja, was soll ich tun? Ich habe einfach keine Orientierung hier. Äh, Lara, bitte. Kein Quatsch machen. Toll, jetzt sind wir an dem Tor. Okay, da oben kann ich nicht hin zielen. Da hoch springen. Oh, diese Gräser hier. Das nervt. Ich würde hier gerne hoch. Danke sehr. Da geht es nicht weiter. Ich denke mal hier hin. Sehr schön. Und dann... Super, Lara. Jetzt stehen wir hier. Und springen nach oben. Hier sind irgendwelche Viecher, die ich erstmal gerne töten würde. Ach da. Na, komm her. Okay. Moment. Moment. Ach so. Na toll. Ein Tor geht schon mal auf. Kommt da noch eine Fledermaus? Ey, wie viele kommen denn hier? Also bitte. Und da gegenüber ist da nochmal so ein Ding. Alles klar. Ich glaube, jetzt habe ich es... Okay, das bringt aber gar nichts. Ich glaube aber, ich habe es jetzt geblickt, oder? Oder muss ich das irgendwie runterziehen? Aber das geht nicht.